Hallihallo meine Lien! Okay, den Anfang muss ich nochmal üben. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Und heute seht ihr schon, ist ein anderer Gast dabei. Ihr hört ihn schon. Und zwar der Niko. Servus. Hallo. Und wir spielen eine Runde Yu-Gi-Oh! 8000 Lebenspunkte, normale Karten. Warte, spielst du mit Synchro? Äh, naja. Du spielst nur auch den vom ersten Yu-Gi-Oh, oder? Ich hab ein eigenes Deck. Ah, okay. Ist ja scheißegal. Au! Und jeder gute Spieler fängt natürlich als Zweiter an. Und Ladies Firster ist das natürlich. Die Lady fängt immer an. It's time for du-du-du-du-du-duel! Der Cook, wo sie Cook. Ah, ich auch nicht. Oh Gott. Ach so. Dann fangen wir halt mal so an. Oh Gott. Psy! 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 Zell Gangnam Style! Ey 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 Sexy Lady! Oh! 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 Ey 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 Sexy Lady! Oh, du hast ne dauerhafte Karte, oder? Naja. Ich hasse das, dass man immer dauerhafter durchdrücken muss. Naja, dann aktiviere ich Sexy. Aktiviere sie. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Spacke! Tschüss! Mein Weg. Und jetzt halt. Frag ich Damage oder muss Fels jetzt im Monster? Oh! Hacho! Ach so. Ich wow... Digga Allah. Ich setze eine Karte in Verteidigungsmottos. Ich setze eine Karte auf verdeckt. Uuuuund. Soll ich sie aktivieren? Nö. Ich beende meinen Zug. Jua. Just give it to me, my cards. Give it to me. Herz der Karten, ich glaube an dich. Alter. Und wir beginnen uns in ein Schattenduell, als das heißt wir an Lebenspunkt abgezogen werden. Realer Damage. Bösses Lachen. Komm, Herz der Karten, enttäusch mich nicht. Nur es gibt nichts, es gibt nichts. Alter, was ist das, Digga? Du kannst ja nichts machen, aber trotzdem, Sicherheit geht vor, ich aktiviere meine Lichtschwerter. Wow. Ja. Aber das wird 1900, Alter, fuck, Digga. Wie viele Karten hast du eigentlich? Sechzig. Juhu. Hahahaha. 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 Holy shit. Alles klar? Du kannst nichts gegen, machen gegen meine Mauer. Wenn du kontrollierst, zerstörst du dir zufrieden. Was? Nö. Du zerstörst gar nichts. Come on. Oh, oh. Oh, oh. Verbandet der Gegner. Ey! Ey! Das war nicht ausgemacht. Aha, dachte du, du kannst jetzt bestimmt angreifen, oder? Ohhhhhhhhhhh. Ich gewinne dieses Schatten-Duell. Mein Zug! Ich brauche bloß eine Keine, dann bist du tot. Ich bin schwöre, mechanischer Jäger. Ich kann aber nichts machen. Ich beende mein Zug. Digger, alle deine 1100-Monster facken mich jetzt schon ab, Alter. Ich möchte das Schatten-Duell nicht mal weitermachen, das sagt. Ich ziehe das durch, weil ich glaube an das Herz der Karten. Oh, Mann. Äh, Moment, was kann die Karte? Ja, aber du kannst erst mal einen Monster von deiner Hand bespüren. Ich spritze auf der Hand, Alter, Alter. Ich trinke mal einen Schluch, ich stelle ein bisschen. Ja. Werden auch noch mal getrunken. Ach, Mann. Das ist lame, was du machst. Oh, Mann, wo bleibt der Damage? Ah, den habe ich für eine Sekunde nicht gefühlt. Hm, ich kann es jetzt wirklich schlau machen. Da warst du. Aber das ist dumm, weil... Ich kann dir jetzt... Damage drücken. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Fuck, Digger. Ich beende meinen Zug. Alter, du hast einen Scheißdeck, ganz im Ernst. Oh. Also das finde ich natürlich super. Was denn? Ist der da? Du hast einen Scheißdeck. Ach, die werden in mein Deck zurückgetan. Ach so, nicht auf dem Friedhof. Ne, wenn ich heute, glaube ich, mit der Karte... Wenn nicht, mit der Karte zerstört, dann werden sie auch... Ich rufe meine Kepanze an den Bienen in den Angriffmodus. Jo. Die zerstöre dich jetzt. Hey, Digger, ich kann meinen Effekt nicht aktivieren. Weil meine Karte ein Wutging-Effekt ist. Ach, Digger, das ist voll unfair. Alter. Hä, wie dumm ist sowas? Da kann ich keine Zauberfallen oder Effekte gegen dich einsetzen. Ne, keine Karte-Effekte. Ach, Mann. Zauber, glaube ich, zählt sogar. Scheiße, ich hätte jetzt nämlich... Dein... Der Effekt ist halt eben, dass ich mit meiner Kepanze an den Bienen... Ja, ich weiß. Ich bin... Ah, ah, fuck, Alter. Ah. Ah. Ich bin so fast, da eigentlich. Digger, ich brauche nur eine Karte, Mann. Und dann hätte ich dich. Aber das Ding ist ja... Ich ziehe nur Zauberkarten. Das ist doch scheiße. Ach, Mann. Halt's Maul. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn das für ein Witz, Alter? Ey, warte mal, was kann ich da machen? Na, einfach mal, du kannst ein, um uns zu vertreiben. Ne, 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 das mache ich nicht. Das wird jetzt, glaube ich, nicht wehtun. Überhaupt nicht. Ah. Das ist jetzt, der Kartenmehrt mich jetzt voll enttäuschen. Passt auf, passt auf. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich gucke auch nicht hin. Ich wusste es. Ich habe verloren. Ich kann nichts machen. Ja, wow, Alter. Ist das lame, Alter. Nein. Ja. Nein, ich kann nichts machen. Ich habe nichts. Super. Alter, das ist das dümmste Blatt überhaupt. Alter, fuck das ab, man. Äh. Gute Nacht, Morguls. Oh nein, ich komme ins rechter Schaden. Naaah. Naaah. Ha. Nein. Rechts, son. Na, nein. Du fängst an. So. Weiß nicht, dass es mir meine ein bisschen mehr lohnt. Wenn es funktioniert, Alter. Boss, Alter. Nein, aber du hast jetzt so viele verdeckte Karten, Alter. Viel Spaß, Junge. Also, ich muss es ja machen. Und wenn die Taktik aufgeht und du nidst. Ich rufe mal einen erfahrenen dunklen Magen in den Angriffsmodus. Ich aktiviere meine Zauberkarte, weil zeige, weil halt, Alter. Mag heizig voran stürmen. Alter, Alter. Ich kann... Ich kann... Ja, aber es wachsen halt hoch. Ja, jo. Was wachst du denn? Ne Taktik. Und die Karte kennst du. Ich rufe nämlich den schwarzen Magier an. Das hat sich... Ja, das Ding ist, ich muss ja jetzt gerade deine Feinkarten aktivieren. Oder... Willst du? Ja, muss ich. Oder du bist ein Assi und ein Effekt. Alter, fick dich, Mann. Ganz im Ernst, ey. Gut, ich beende meinen Zug. Also, das Deck ist ja nicht so kätzt wie das letzte. Ja, ist klar. Du hast mehr als 40 Karten da drin. Lol, du hast voll die ungerade Zahl in deinem Deck drin. Außerdem machst du zwölf Fusionsmonster oder zwölf Synchro-Monster. Weder noch. Ex... Äh... Exhal? Wie hießen die? Ja, Exis. Exis, ja. Ich kann... Ich wirklich... Mit der Serie habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Ich fand die voll scheiße. Junge! Ja, die Full-Defensive-Taktik. Äh, das Ding ist, ich muss ja deine Verteidigung brechen. Ist klar. Geht schon wieder los, ey. Äh... Ach man, Alter. Jetzt habe ich wieder eine Karte, wo ich dauerhaft Nein drücken muss. Okay, Moritz. Mach mir was. Wow. Was macht der nochmal? Äh, du musst eine... Eine Hand... Man darf von deiner Hand auf dem Friedhof legen, falls eine... Zieh eine Karte. Ja, wow. Äh, brauche ich nicht. Lohnt sich irgendwie gar nicht. Hallo, Moritz? Ja, das bin ich. Ich habe so eine dauerhafte Karte. Ah, mein Vater ruft mich an. Ja, moin. Soll ich rangehen? Die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Nö. Ich rufe ihn gleich zu Hause. Klappt das jetzt eigentlich? Nein. Warum? Warte mal. Hä, falls die... Ja. Der jetzt ist wie von... Von... Du darfst ja nicht aufs Flippisch schworen. Ach man, nein. Ich habe es geflasht. Oh Gott, Junge. Junge, Junge, Junge. Nee, habe ich nicht. Hä, warum? Mach mal, ist das so. Hä, warum mir so... Hä? Ich habe es ein bisschen gescholz. Ich habe es ein wenig... Ich habe es leid. Ah, ich habe es leid. Was ist leid? Was ist das? Was ist leid? Was ist das? Was ist leid? ich aktiviere meine falle nein scheiße ja ist ja klar 2.500 gegen 2.500 ja komm greif ihn an ja moin du hast ne verdeckte karte nützt nichts lasse ich lieber angreif beenden oder du willst uns beide zerstören ah fuck ja moin kommt ein bisschen spät oder ja ich hab gedacht ich brauch das gerne aber ich wollte die karte aktivieren ich aktiviere meine zauberkarte sterbe der gier jetzt sind zwei zimmer drauf und ich kann zwei weiter zwei weitere karten ziehen alter aber jetzt kommt eine gepanzerte biene zum einsatz perfekt aktivieren dieses drecks viech alter ohne witz da kann ich nämlich nichts achso du hast ne verdeckte karte ich will die aber nicht aktivieren dann gehe ich rüber zum angriff und zerstöre ein monster ich hätte einfach ich hab mal null was wohl hallo wir sind im starten was soll denn das ja moin jetzt kommen die bestimmt zurück oder ein monster wird zerstört oder schreibe ich mal schnell in meinen vater schreibe ich mal schnell in meinen vater aufhören und ich beende mein zug mit einer verdeckten karte du bist dran also das bringt mir rein theoretisch gar nichts ach scheiße ich bin der größte folgung den ich jemals er wurde jetzt warum bin ich so dämlich keine ahnung erkenne ich nämlich nichts meine biene brauche ich noch meine biene brauche ich noch ich zieh ne karte eine karte verdeckt und ich rufe meinen flammen im party in angriffsmodus und da ich natürlich kein risiko angeht greift mein schwarzer magier deine verdeckte karte an waren wir noch wieder so klar du bist nämlich da genau wie der thomas der hat nur monster mit die 2000 oder mehr verteidigung haben ey flammen im patschigreis eine le... es ist dein effekt alles klar lol willst du nochmal den damage ausgewichen also das bringt eigentlich gar nichts na gut morris ich lass jetzt free damage boi den seh ich gerne aber davor aktivieren wir rai gaga brechi ich wähl ne karte ab und zerstört deine eine verdeckte karte sicherheit geht ihr vor und da rufe ich natürlich nochmal ein monster ich glaube ich bin down oder ich aktive nochmal den effekt dass mein schwarzer magier mehr angriffsboost bekommt ich glaube ich bin down ja ich glaube ja ne patschigreis dann ist wo ist dein schrein ey du bist im schatten schwarzer magier greif ihn an ok panzer der biene stich des todes ah und ninken und beende dieses duell mit karate schlag die falke ist warm jetzt und fw die falke ist warm jetzt und ja get off weiter gehts Hey, statt mir mal nochmal Ghetto-Faust. Ich hab gedacht, weiter geht's. Es geht auch kurz weiter. Ich hab gesagt, es geht weiter. Willkommen zu einer neuen Runde. Die dickesten Karten auf der Hand, die ich jemals gehabt hab. Alter, kann ich ein neues Blood bitte haben? Ich will auch ein neues Blood. So, Maurus, ich zeig dir jetzt mal True Suffer. Ja, komm, nicht gleich alle deine vier Karten verdecken. Ja, komm doch, die letzte! Alles klar. Danke dafür. Warte, welche Karte sollte ich aktivieren? Äh, weil noch was du willst. Welches soll ich denn aktivieren? Tee, was macht das einmal, Bruder? Ähm, deine Skinner, du kannst er... Oh, das ist cool. Das ist absolut schwul. Äh, ich find's geil. Ja, wenn du kontrollierst, wirst du einfach... Oh, jetzt kommt die Scheiße schon wieder, Alter. Ich kann doch gar nicht. Fick dich doch. Ja, komm, wo bleib ich an und zwei Zauberkarten? Ah, fick dich. Ha! Alter, jetzt geht's schon wieder lame, Alter. Oh, wow, wow, wow. Okay, dann kann ich gleich die Karte rufen. Also, was? Ja, ich aktiviere. Fix Sternritter Himmelsbrücke. Ja, und jetzt musst du dann... ...und ich beschwöre... ...diese Karte. Ja, Grasoros. Oh, fuck. Dankeschön! Oh, fuck. Oh, oh. Jetzt, wenn ich jetzt nächste Runde kein Wunschin ziehe, dann hab ich's komplett verschissen. Hey, musst du jetzt angreifen? Das ist immer noch deine Phase, du Idiot. Hey, ich hab keine Karte gezogen. Ja, ich hab's ja grad während deines Battle Phase gemacht. Du musst die Phase wechseln. Ach so, ach so, okay. Ich dachte, jetzt musst du mich angreifen, dann wär's aber richtig klein gewesen. Ach so, ja, ich kann dich während deiner Battle Phase angreifen. Ach so. Seems legit. So Moritz, come on. Ach so, ich bin! Du bist immer noch! Jawohl, ich kann ja nichts machen. Hey, was du die ganze Zeit vor hast. Komm! Jawohl! Weg mit deinem Monster. Hast du so ein Arschgesicht, weißt du das? Ich denk nämlich, du hast nämlich ein Monster gezogen, dass du das höher als vier Sterne hast. Äh, lege ein offenes Suchkontrolles auf der Brüder von der Leute. Das bringt gar nicht. Aber doch, das bringt was. Hei, wenigstens noch ne Karte zählt. Das bringt's ja wohl was. So, jetzt halt jetzt die Frage, was mach ich jetzt? Äh, wenn ich die Karte, dann beschwör ich diese hier. Ah, Spezialbeschwörung. Äh, was kann ich jetzt nochmal machen? Äh, weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr... Da ist die Sekunde, du kannst einen oder... Oh, ja das ist gut. Ich muss wieder mal einen Schluck díschen, das dauert viel zu lange. Ja, läge schön im Verteidigungsmodus. Warum sollte ich denn in den Verteidigungsmodus gehen, Moritz? Tell me. Tell me. Tell me, Moritz! Na gut. Achso, halt bleiben. Ja, ich kann nichts machen. Ich hoffe, dass du jetzt etwas machst, was mir jetzt was bringt, bitte. Ich muss nur etwas machen. Spüre den Schmerz! Ahhhh! Ahhhh! Ich beende meinen Zug. Du bist der. Du hast mir jetzt genau in die Karten gespielt, danke dafür. Kein Problem. Ich rufe Spezialbeschwerung, äh, Elektro Herrscher der Vögel in den Angriffsmodus. Außerdem aktiviere ich die Zauberkarte Schwarzer Anhänger. Das verleiht meinem Monster weitere 500 Angriffspunkte. Nein, du hast eine verdickte Karte! Fuck off, Alter! Däger bist du Lanes! Ich hab sogar noch eine Karte ziehen, aber ich guck dir das mal an. Ist doch wunderschön. Warum kann ich jetzt nicht angreifen? Ich stehe jetzt noch aktivieren. Und jetzt die Verteidigung. Okay, dann endlich mein Zug mit einer verdeckten Karte und du bist dran. Ja, moin, Alter! Alter, das hat sich so geklappt wie du vorgehabt hast, oder was? Was kann man doch halt denn? Ähhhhh... Ich weiß nicht, dass er gerade abbringt. Und dann eine Karte. Du hast da keine Karte mehr auf der Hand. Hä, wir werden gleich der Hälfte sein, dann tatsächlich eine Karte. Hä, warte mal. Ich will jetzt mal wissen, was das bringt, weil ich verstehe den Effekt jetzt nicht so ganz. Ja, ich krieg 1600, oder? Ich krieg die Hälfte. Da muss ich jetzt beide abhängen, wohl. Ja, und jetzt? Ach so, und du kriegst das oben draufgerechnet. Geil du. Da! Ach, fang auf. Du bist ja direkt. Spätzchen! Du bist es! Haha, da kenne ich nichts! Nein! Ich hätte sich mischen sollen. Oh, fuck, Mann! Da hast du schon recht. Spüre den Schmerz! Oh, Alter! Ach nee! Oh, und wenn du keinen Monster ziehst, dann bist du... Ja, moin, du hast eine verdeckte Karte. Ja, die gleiche bis zu der Dimmstgeburt! Ja, die gleiche bis zu der Dimmstgeburt! Das ist wirklich ein Lame, das ist nicht mehr zu übertreffen. Jetzt siehst du, du bist bestimmt auch ein Monster. Ey, komm, mach Ehrenmann und gib mir noch einen weiteren Zug. Was für Ehrenmann? Alter, du bist ein Ehrenmann, Alter. Ah, okay. Ähm, mach mal D, 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 D. Und ich beschwöre... Gar keine. Ich weiß gar nicht, reicht jetzt? Äh, nee, reicht nicht. Boitugies. Moment, was macht Boitugies? Äh, wenn du die ist zu deiner Hand hinzu, dann kannst du diesen Effekt von... Oh, hey, warte mal, hä? Äh... Nee, freu ich nicht. Und ich beschwöre... Äh... Ja, du kannst doch kein mehr beschwöre. Wandelstern, Ritter, der... Termos. Machen wir das mal so Dann geh ich in die zweite Melden-Stage Mach noch eine Wandelstern-Zeichen-Kulta-Diamant Das dauert mir auch was, viel Spaß Ah Das hat hier was Ach, wenn das aus der Welt schlagen Ja, was soll ich machen? Ich hab keinen Monson, dich das zu schlagen Ja, bei Monson hab ich ja gewohnt Ja, hast du auch Du kannst allerdings diese abhängen, aber nicht mehr die Aktivierung Ich kann nur, wenn er ein zur Verteidigungsmodo setzt Ja, wenn ich Monson ziehe, dann Ja, du ziehst doch eins, weil du einfach ein Lack des Todes hast Ja, darüber brauchen wir doch gar nicht zu diskutieren, weil sowas lame ist Come on Der hätte ich jetzt gebraucht, man ich bin das ist so früh ja dann bedanke ich mich fürs zugucken habt noch einen schönen Tag und wenn ihr weitere Duellte sehen wollt dann lasst gerne einen Daumen da und ja wir sehen uns wieder im nächsten Video haut rein bis zum nächsten mal Leute und tschüss tschau tschau